Die Abschlussprüfung aus dem Bereich der Teilkostenrechnung ist die 2019er Abschlussprüfung, also die erste nach dem Lehrplan Plus, nach dem neuen Lehrplansystem. Und wir sind hier im Teilbereich 2, der ja aus der Voll- und der Teilkostenrechnung besteht. Das wissen Sie wahrscheinlich und das ist hier die Aufgabe 3. Es geht um das optimale Produktionsprogramm und ich habe oben auch die Schritte eingeblendet. Schritt 1, Engpassrechnung und so weiter, dass Sie da ein bisschen Orientierung haben, was wir gerade machen. Weil gerade die Aufgabe 3.1, obwohl sie nur vier Bewertungseinheiten hat, doch recht üppig ausfällt, muss ich sagen. Es ist relativ viel Arbeit zu machen hier. Ich habe sie sicherlich auch in dieser Ausführung hier recht kleinschrittig gemacht. Das könnte man vielleicht auch effizienter machen. Aber schauen wir uns das Ganze an. Denken Sie nochmal dran, 4 mal 1,8 Minuten hätten Sie für diese Aufgabe Zeit. Es geht hier um das Werk 3, der Lupus AG und es werden per Smartphone steuerbare Multifunktionsküchengeräte erstellt. Die heißen Aspen, Beverly und Cherokee. Und wir haben gewisse Daten, die ich auch oben schon in dieser Tabelle eingefügt habe. Wir haben den Erlös pro Stück für Aspen, Beverly und Cherokee. Wir haben die variablen Stückkosten. Wir kennen die erzeugnisfixen Kosten und wir wissen, wie viel wir maximal absetzen können. Und wenn Sie so maximale Menge und so weiter sehen, dann ahnen Sie ja wahrscheinlich schon, dass es hier um das optimale Produktionsprogramm geht. Das ist ja immer so die Frage, wie erkenne ich, um was es überhaupt geht. Ich denke, das sind so die Signalwörter, die man dafür hernehmen kann. Im Vormonat fielen fixe Kosten in Höhe von 190.000 an. Und da gleich der Hinweis, wir haben erzeugnisfixe Kosten. Und hier ist die Angabe, dass wir insgesamte Fixkosten von 190.000 haben. Und ich denke, dann wissen Sie schon, wenn wir von diesen insgesamten Fixkosten die erzeugnisfixen abziehen, dann haben wir eben die Unternehmensfixkosten und die brauchen wir später schon. Und jetzt kommt das wirklich Besondere an dieser Aufgabe. Und ich weiß gar nicht, wie viele Schüler das überhaupt erkannt haben und richtig gemacht haben. Das war ein nicht allzu hoher Teil. Aufgrund der kürzlich beschlossenen Handelsbeschränkungen mit den USA, zwischen USA und der Europäischen Union, darf die Lupus AG nur einen gewissen Verkauf in die USA tätigen, nämlich einen Gesamtumsatz von 1.200.000 Euro. Und jetzt ist also der limitierende Faktor, der hier bei diesen Aufgabentypen ja oft die Stückzahl ist, die eine Maschine nicht produzieren kann, ist jetzt plötzlich der Umsatz, ist das limitierende. Der limitierende Faktor ist der Umsatz und das ist ganz, ganz schwierig zu verstehen, denke ich. Sie werden es dann im Laufe dieser Besprechung schon kapieren, was da passiert, aber das ist ganz schwer herauszufinden. Wegen der vorliegenden Handelsbeschränkungen können die maximalen Mengen eben nicht abgesetzt werden. Und weil das dabei steht, ist eigentlich der Engpass schon definiert. Wir haben jetzt ja hier Schritt 1 Engpassrechnung und ich sage Ihnen ja immer wieder, machen Sie das. Dieser letzte Satz definiert eigentlich schon den Engpass. Ich mache trotzdem mal eine Engpassrechnung, damit Sie verstehen, um was es geht. In Aufgabe 3.1, die wir jetzt besprechen, müssen Sie für den kommenden Monat das optimale Betriebsergebnis, also nicht nur das Programm, sondern das ganze Ergebnis herausfinden. So, Engpassrechnung. Der Umsatz ist der limitierende Faktor, der Umsatz. Der Umsatz ist ja immer die Menge mal den Verkaufspreis. Und was könnten wir maximal umsetzen von Aspen? 650 Stück könnten wir verkaufen, mal die Erlöse pro Stück, also mal 1.200. Das wäre ein Umsatz von 780.000. Bei Beverly Hills 360 Stück mal den Verkaufspreis von 1.580. Wir wären bei 568.800. Und bei Cherokee 240 Stück mal die 1.400. Sind wir bei 336.000. Wir könnten also, wenn wir die Maximalmengen verkaufen würden, einen Umsatz von 1.684.800 haben, aber wir dürfen nur die 1.200.000 umsetzen. Das ist ja der maximal mögliche Umsatz. Wir haben also einen Engpass von 484.800. Aber leider gab es auf diese Rechnung, die ich jetzt eigentlich eher deshalb mache, damit Sie verstehen, wo überhaupt der Problemkern hier in der Aufgabe liegt. Leider bekommen wir hier keine Bewertungseinheit, keinen Punkt drauf, weil dieser letzte Satz eigentlich schon definiert hat, dass es eben einen Engpass gibt und dann fällt das weg. Und jetzt ist eben die Engpass-Einheit, die habe ich jetzt eingeblendet, die ist der Verkaufspreis, die sind die Erlöse. Also wenn wir den relativen Deckungsbeitrag jetzt berechnen wollen, müssen wir das machen mit eben dieser Engpass-Einheit. Sie sehen, dass ich den Deckungsbeitrag pro Stück hier schon mal eingefügt habe. Wie immer ist es so, dass alle Sachen, die fettgedruckt sind, eben in der Aufgabe gegeben waren. Sie sehen, das war gegeben, das, das, das und so weiter. Und die Deckungsbeiträge pro Stück, die habe ich einfach gleich zu Beginn eingefügt, weil das ist ja dann nur der Unterschied aus Erlösen und variablen Kosten. Also die Engpass-Einheit haben wir hier. Und jetzt können wir den relativen Deckungsbeitrag berechnen, indem wir die 450 Euro Deckungsbeitrag geteilt durch 1.200 nehmen. Wir dann also schauen, wie viel Deckungsbeitrag gibt es denn pro 1 Euro Umsatz. Das ist ja letztendlich das, was wir machen. Und dann sehen wir, dass wir bei 0,375. Sie wissen, zwei Nachkommastellen ist eigentlich die Vorgabe. Jetzt passt es hier so wunderbar mit den drei Nachkommastellen. Und natürlich wäre es trotzdem in Ordnung, wenn Sie hier runden auf zwei Nachkommastellen. Das wäre vollkommen korrekt und eigentlich ja sogar die wirklich korrekte Variante. 0,297 und 0,368 haben wir hier. Und damit können wir die Rangfolge bilden. Das gibt den höchsten Deckungsbeitrag pro eben dem limitierenden Euro Umsatz. Das ist auf Rangplatz 2 und das 3. Und das brauchen wir jetzt eben für das optimale Produktionsprogramm, das wir jetzt ja erst mal ermitteln müssen. Ich habe noch mal die maximal möglichen Mengen hier eingefügt und hier unten dann auch schon mal ein Schema. Und wir wissen, 1.200.000 ist der maximale Umsatz, den wir jetzt hier verwenden können. Und als erstes wollen wir natürlich Aspen auf Rangplatz 1 produzieren. 650 Stück ist das Maximum und das nehmen wir uns auch. 1.200 Euro ist der Preis. Und damit generieren wir schon mit Aspen einen Umsatz von 780.000 und es bleiben 420.000 Umsatz übrig für die Rangplätze 2 und 3. Und natürlich machen wir jetzt mit Cherokee weiter auf Rangplatz 2. Ich habe hier mal eine Nebenrechnung gemacht, um überhaupt zu überprüfen, können wir denn von Cherokee die 240 Stück, die maximal möglich sind, produzieren. 420.000 haben wir. Cherokee hat 1.400 Euro Erlös pro Stück. Wir könnten also 300 Stück produzieren, aber 240 ist das Maximum. Das steht ja in der Aufgabenstellung und das machen wir dann auch. 240 mal 1.400 sind 336.000 Umsatz und es bleiben uns 84.000. Und Sie ahnen es, von Beverly von Rangplatz 3 können wir jetzt eben nicht alle Stück produzieren. Und da müssen wir testen, wie viele sind es. 84.000 Umsatz haben wir übrig. 1.580 kostet Beverly pro Stück. Dann können wir 53,16 produzieren. Und hier bleibt, egal wie die Nachkommastelle wäre, ja nur ein Abrunden. Selbst wenn das jetzt 53,99 Stück wäre, können wir das nicht aufrunden auf 54, denn es reicht ja vom Umsatz nicht, um aufzurunden. Generell nicht. Hier ist es klar, weil es 0,16 ist. Da würde man auch mathematisch so oder so abrunden. Und daher kommen wir auf 53 Stück, die wir jetzt von Beverly produzieren. 53 mal die 1.580 sind 83.740 Umsatz. Und es bleibt dann eben ein Umsatz übrig, den wir aber einfach nicht verwenden können für irgendein Stück mehr, denn Sie sehen, alle Umsätze sind drüber und wir können wirklich keins der Produkte noch zusätzlich produzieren. Und von daher ist das einfach ein Rest, der an Umsatz bleibt. Und schreiben Sie das bitte immer noch hin. Sie sehen, wir sind hier oben schon in Schritt 3 beim optimalen Programm. Und da sage ich immer, schreiben Sie das nochmal hin. Ganz genau hin, wie viel Stück Sie von was jetzt nach dem optimalen Produktionsprogramm produzieren können. Espen 6,50, Beverly 53, Cherokee 240. Und jetzt kommt eben der Teil, dass wir das optimale Betriebsergebnis auch noch ermitteln müssen. Also Sie sehen, das ist sehr, sehr üppig. Also wirklich den Gewinn, der entsteht, wenn wir das optimale Produktionsprogramm produzieren. Ich habe jetzt hier rot gemacht, was wir eben nicht brauchen, weil auch das ist ein Fehler. Viele Schüler nehmen jetzt diese Stückzahlen mal dem relativen Deckungsbeitrag, aber der ist doch nur da, um zu ermitteln, welche Rangfolge wir haben. Den brauchen wir eben nicht, deswegen blende ich ihn aus. Wir brauchen die Deckungsbeiträge gesamt und jetzt eben mal die Stückzahlen, die wir nach dem optimalen Produktionsprogramm auch produzieren können. 6,50, 53, 240, also Deckungsbeitrag jetzt mal die Stückzahlen, ist dann der DB1 gesamt, der Deckungsbeitrag gesamt. Davon ziehen wir die erzeugnisfixen Kosten ab. Sie sehen, dass die ja angegeben waren. Ich habe sie unten nochmal eingeblendet. Und kommen dann auf den Deckungsbeitrag 2. Und Sie sehen schon, dass Beverly da einen negativen Deckungsbeitrag 2 produziert. Das ist halt mal so. Diese 2er-Deckungsbeiträge, die summieren wir jetzt auf und wissen dann, wie hoch der Deckungsbeitrag insgesamt ist, nämlich 291.010. Und jetzt ziehen wir davon die Unternehmensfixkosten von 40.000 ab. Und die hatten wir nicht, aber ich habe es am Anfang schon gesagt, die können wir recht leicht ermitteln, indem wir die 190.000 insgesamt Deckungsbeitrag, indem wir davon jetzt eben die erzeugnisfixen Kosten abziehen. Also von den gesamten Fixkosten, die gegeben sind in der Aufgabe, ziehen wir jetzt die erzeugnisfixen ab. Und dann kommen wir auf diese Unternehmensfixkosten in Höhe von 40.000. Und das ziehen wir jetzt hier ab und haben dann das Betriebsergebnis und damit die Aufgabe 3.1 in Höhe von 251.010. Und hier noch eine mögliche Bepunktung der Aufgabe. Ich sage immer dazu, das könnte bei Ihnen in der Prüfung anders sein, weil das die Kommissionen in der Schule selbst festlegen. Aber das wird immer sehr ähnlich sein. Ich hätte es für sinnvoll gehalten, eine Bewertungseinheit hier auf den Deckungsbeitrag, weil das ist eine gute Bewertungseinheit, die kriegt man recht einfach. Einfach eine Bewertungseinheit hier auf die Stückzahlen des optimalen Produktionsprogramms, dann noch eine auf die Rangfolge. Die war ja eine Stufe Feuer, das war das Endergebnis des relativen Deckungsbeitrags. Das sehen wir jetzt hier in der Grafik nicht. Deswegen schreibe ich es hier nochmal hin. Und natürlich eins auf das Betriebsergebnis, denn das war ja hier in der Aufgabe auch gefordert.